geht gleich weiter muss mein glas noch oder mein becher noch füllen glas ist es ja nicht wenn man auf toilette muss und dann noch was trinken was trinkt und dann ja dann kommt ein toten kopf einfach und das ist das die beste idee der welt von so eine challenge machen will wie lange man durch hält ohne auf toilette zu gehen einfach ich mache und ich mache ich weiß gar nicht was die gemacht ein wunder müsste ich glatt das lied zumindest teilweise von nena ein spiel ein wunder geschehen aber kann ich ja nicht machen wie in der gema zwei kann ich nichts ändern ja kann ich nichts ändern das kann ich jetzt nur machen und wenn man nachher wirklich dringend muss ein joker super ist wie bei batman weißt du kriegst ein joker weißt du vor allem wenn man das ist auch das richtige spiel dafür weil man wirklich extrem muss dann kann man sich halt nicht mehr konzentrieren und hier muss man sich ja konzentrieren und das vier lingen ich weiß nicht ob das die richtige challenge wäre einfach weil er wenn ein die blase drückt einfach ich muss klar mal eine ganz kurze pause machen weil meine facecam die nimmt ja nur eine stunde auf und jetzt sind wir jetzt bei 52 minuten und ja bis gleich leute so weiter geht es im geschäft des lebens und ja ich musste leider auf toilette gehen weil ich was großes in die schüssel legen musste und ja wenn ich das in die hose gemacht hätte dann wäre ein bisschen sehr ekelhaft einfach na gut wäre schön warm denke ich mal aber wäre trotzdem ekelhaft grün gelb kann ich machen so full house full house so naso schon wieder voll house nee vierlingen vierlingen boah ich sehe nur sterne alter genau so gehört sich das erst mal toten drauf wegknallen auch wenn sie es falsch anhört jay joker joker das ist mal sehr gut jetzt kann ich mich nämlich entscheiden für vier dinge die ich noch machen kann dann habe ich nämlich eine flasche eine flasche quasi aber das habe ich ja schon gehört noch ein würfel alter auch wenn ich das mal so ich muss mir das mal so auch wenn ich das mal so wo auch Und so... Und so... Oh no! Eins... Drei... Vier... Flush! Yeah! So... Da ist schon mal vier Flush, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, das werden nur Poker-Folgen einfach. Poker-Parts wären das. Es gibt ja Poker-Face und das sind Poker-Parts einfach. Und... Ja... Ist mir schon klar. Oh no! Oh no! Eins... Zwei... Drei... Vier... Schade. Hätte ich noch ein Fünfter sein können? Meine Fresse! Aber trotzdem vier... Der Totenkopf da oben ist auch weg. Das ist schon mal schön. Was kann man denn nochmal machen? Ja... Wir kriegen noch ne Schulter. Mach ich eh weg. Mach schon mal drei... Vollhaus! Wie oft ich hier schon mal vollhaus gekriegt habe. Einfach... Unfassbar. Das kann ich ja auch meistens ganz gut so vollhaus machen. Und so... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ist mir klar da oben, ne? Schieb dir deinen Totenkopf in den Arsch! Nein! Schon wieder! Oh! Nein! Iiii! Iiii! Oh! Kann ich gar nicht mehr ansehen, sowas! Iiii! Nichts! Ekelhaft! Ist das... Zaaaaas... ... ... ... naja Soll man sie ja nicht nicht pungern lassen. Einfach! Soll man das ja nicht beirren hier lassen! Okay, nicht mal! Weißt du,'... Das ist jetzt nicht vollhaus hier. Das hab ich schon gemacht hab. Von dem Rad. Hmhm. Hmhm. Dann sind wir gelb. Gehen da zwei hin? Eins. Drilling! Yay! Ja, alter. Sperr auf Spektrum. Wenn du Spaß dran hast. Geil dich doch dran auf. Jetzt brauche ich nur noch drei. Ich bin ja auch mit zufrieden. Ja, das Spektrum ist schon mal weg. Das ist mir ruhig. So. Ich bin ja auch mit zufrieden. Alter, was da los war gerade. Ich bin ja auch mit zufrieden. Holau. Schon wieder. Tschüss. Mal gucken, wie viel ich vollhaus gemacht hab. Mal gucken. Wenn das so zu Ende ist. Das... Gedöns hier. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Weiter. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Was solltet. Tschüss. Sauber. Oh, ist aber ganz schön knapp da oben. Drei gesperrt. Wird schwierig. Bei dem Feld hier einfach. Das wird nicht gerade einfach hier. Eins, zwei, drei. Vierling habe ich schon mal. Vierling! Vierling! Ich war nicht durch, aber was das da ist. Ähm, was haben wir denn da noch? Ich weiß wieder Spektrum. Ich habe gleich wieder verloren. Tschüss Leute! Ich guck nicht hin. Silber! Volles Risiko! 300.000 Punkte. Was? 300.000 Punkte? Das ist ja krass. Der Zocker. Vier von zehn. Das muss ich da nicht schaffen. Säulen-Kombo von X5 in Eissturm-Modus. Alter, acht voll, acht mal voll Haus. Das ist ja krass. Gut. Willkommen im Hauptmenü. Wir machen gleich Eissturm, Alter. Weil ich will auch ein bisschen Abwechslung haben. Ich bin echt begeistert. Ich bin so begeistert einfach. Soll ich eine Säulen-Kombo? Wie kann man denn eine Säulen-Kombo erzielen? Weiß ich gar nicht. Ich mein, gehabt habe ich das schon mal, aber... Wegen Säulen-Kombo und so, aber... So an sich... Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Also gar nicht, wo mir das zu tun hat. Ob ich fünf Säulen mit einem Mal machen soll, oder... Alter... Multiplikat... Ach so! Jetzt verstehe ich das. Ach so... Alter... Ich soll ja diese... Diese komischen Säulen erfüllen, ne? Ich soll ja diese... Was... Schon gelitten genug wird einfach. Was kommt schon die kleinen Säulen, ey? Hier gehen wir auf den Berenner. Die kleinen hier... Level 3... Alter... Nachher... Sag ich auch kaum mehr was, weil ich hier... Ähm... Konzentrieren muss... Na... Glaub ich ja gleich hier failen, oder? Na ne doch nicht. Wie kann man so... So schnell failen? Das glaubt man gar nicht. Einfach. Das ist unfassbar. Ich hätte... Ich... Ich weiß... Ich hätte ein Dings machen können. Das ist äh... 4x4... Komm! Die 5 Shavioner! Bah! Die 5 Shavioner... Oh noch mal komm... Meine Nase juckt schon wieder! Meine Oberlippe... Nein, 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 nein... Komm, 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 komm! Halt's den Maul, Facebook! Ich hab hier zu tun. Ich muss hier... ein Säulen-Combo X-Sync schaffen. Da hab ich überhaupt keine Zeit für jetzt. Ist mir egal. Da kann ich das Handy vibrieren. Das weiß ich genau. Yeah, geschafft. Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte hier. Alter, wie schnell die jetzt werden. Das ist ja unfassbar. Wie schnell die Säulen hier jetzt werden. Das ist ja... Alter. Ja, ich werde da failen. Ich werde da failen, guck mal. Ja, mein Handy vibriert. Ich denke mir am Arsch. Willkommen, Willkommen, Medaille. Dankeschön. 3000 Punkte in Eissturmmodus. Silber? Yeah, Eisbrecher zeigen. Yeah. Ähm, top secret. Ein Highscore, um ein Abzeichen zu erhalten. Wenn man das schafft, weiß ich es zwar auch nicht, aber... Na gut. Äh, dann machen wir ein Hauptmenü. Ja, Alter. Das ist, äh, das ist... Eissturm. War das jetzt Spillface? Ja, war fast gut. Ähm. Machen wir wieder Poker. Schließlich müssen wir die Flaschs noch schaffen. Die Flaschen. Genau. Diese Flas... Ne. Spektrum. War mir aber egal. Das Feld ist so behindert. Das Feld ist einfach behindert gewesen. Da kann man kein Flasch schaffen. Hier leben. Yay. Ich will Flasch schaffen, Alter. Das schaffe ich nicht, während ich hier so mal... ... so eine Kacke mache. Ah, das ärgert mich hier ein bisschen. Oh shit, das... Das Feld ist wirklich auf. Neustra. Das Feld war echt... Das war mir zu behindert. Keine Ahnung. Komm. Ja. Noch eine! Warum? Wieso kann ich jetzt nicht noch einen kriegen? Scheiß Spiel! Scheißen Mobbing-Spiel hier. So unfassbar. Was war das nochmal im Neustart? Das ist ne Neustart-Folge. Sorry. Na endlich! So. 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 Noch ein Fiel. Oder Flush? FLUSH! Yeah! Ich bin gut. Das war's. Sorry, Nase. Die scheiß Nase, die würde ich mir am liebsten aus dem Gesicht reißen und irgendwo hinlegen, damit die nicht mehr joggt. Das ist ja ekelhaft. Einfuhl-Haus. Wollte ich zwar gar nicht, aber... Tschüss. Ich kann gut raten. Ich kann gut raten, Leute. Zwei Paare und zwei Flaschs. Das ist ja... Ja. Machen wir mal Neues.